Armin Arne Steinkam ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung des Wehr- und Völkerrechts der Universität der Bundeswehr. München, von 1987 bis 1991 war er Vorsitzender des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Er ist Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Wehrrecht, Leben, Herkunft und Wehrdienst. Steinkam wurde 1940 als einer von drei Söhnen eines praktizierenden Gynäkologen, nachmaligen Leiters der städtischen Frauenklinik in Osnabrück, in Berlin geboren. Nach der Evakuierung der Familie 1944 wuchs er in Osnabrück auf. Dort legte er 1959 sein Abitur ab und leistete so dann, trotz weißem Jahrgangs, 18 Monate freiwillig Wehrdienst bei der Bundeswehr. 1960 wurde er zum Leutnant ernannt. Der verübende Reserveoffizier wurde 1989 durch Generalleutnant Harald Schulz, stellvertretender Inspekteur des Heeres, zum Oberst der Reserve befördert. Er war unter anderem beim Stab der Erste Gebirgsdivision in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt. Jurastudium Ab 1960 studierte er Rechtswissenschaften und politische Wissenschaften sowie Volkswirtschaftslehre an der Universität Genf, der Universität Hamburg, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Hochschule für Politik München. Nach der ersten juristischen Staatsprüfung absolvierte er mit Unterbrechung ab 1967 sein Referendariat am Oberlandesgericht München. 1971 folgte die zweite juristische Staatsprüfung, 1964 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Assistent an den Instituten für Wehrrecht und Völkerrecht der Universität Würzburg und 1965 beim Völkerrechtler Friedrich August Freiherr von der Heite mit der Dissertation die völkerrechtliche Stellung der paramilitärischen Verbände und der SBZ zum Doktor beider Rechte promoviert. Erste berufliche Schritte Er war von 1967 bis 1969 zeitweise ehrenamtlicher Referent für Außen- und Wehrpolitik, öffentlicher Dienst, Polizei, Juristen und Sport in der CDU-Landesleitung in München. Bei der Bundestagswahl 1969 kandidierte er erfolglos auf dem 44. Platz der Landesliste Bayern der CSU. Sie erreichte 9,5 Prozent der Zweitstimmen und sicherte sich 49 Sitz, davon 34 Direktmandate. Von 1968 bis 1971 war er Vorstandsassistent des Hubschrauber- und Flugzeugherstellers Bölko GmbH und Stabsabteilungsleiter des Luft- und Raumfahrtkonzerns Messerschmidt Bölko Blom in Ottobrunn bei München. Im Jahre 1970 wurde er Leiter des Forschungsinstituts für Sicherheit, Strategie und internationale Fragen der CDU-nahen Hans-Seidel-Stiftung in München, welches 1973 in das Institut für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit überführt wurde. Gründungsmitglied der Universität der Bundeswehr, Steinkamm war 1972-73 stellvertretender Vorsitzender des Gründungsausschusses der Münchner Bundeswehrhochschule. Von 1973 bis zu seiner Emeritierung 2005 bekleidete er die ordentliche Professur für öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung des Wehr- und Völkerrechts an der dortigen Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 1983 wurde er Vorstand des Instituts für internationale Politik, Sicherheitspolitik, Wehr- und Völkerrecht. Später wurde im Senatssaal eine durch ihn gestiftete Bronzebüste des Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus Oberst Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg aufgestellt. An seinem Lehrstuhl wurde intensiv zur inneren Sicherheit, zu Wehrrechtssystemen und zur zivil-militärischen Zusammenarbeit geforscht. So entstanden ca. 15 Dissertationen zum europäischen Wehrrechtsvergleich zu seinen akademischen Schülern gehören unter anderem Andreas von Block Schlesier, Dieter Bode, Dirk Freudenberg, Uwe Geil, Martin Lindner, Alexander Poreschkin und Tade Matthias Spranger. Über das war Steinkamm ab 1973 Mitglied des Lehrkörpers und ab 1990 des Senats der Hochschule für Politik München. Steinkamm ist Autor zahlreicher Beiträge und Aufsätze unter anderem in der Max-Planck-Encyclop-Idea of Public International Low. Er verfasste mehrere Rechtsgutachten und war wiederholt als Sachverständiger beim Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages geladen. Als Experte nahm er an Tagungen, Konferenzen, Kongressen und Seminaren teil, etwa der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Hans-Seidel-Stiftung. So war er 2004 auch Teilnehmer der Konferenzen zur Deutschen Außenpolitik der Akademie für Politik und Zeitgeschehen innerhalb der Hans-Seidel-Stiftung. Steinkamm organisierte in den 1990er Jahren die Münchner Wehrrechtsgespräche der Deutschen Gesellschaft für Wehrrecht und humanitäres Völkerrecht und des Instituts für Wehrrecht der Universität der Bundeswehr an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München mit. Für die DACH-Organisation Societe Internationale De Droit Militäre De Droit De La Guer war er ab 1975 als Member-Econcil De Direction tätig. Von 1985 an war er Herausgeber der Schriftenreihe Sicherheit und Recht des Instituts für Wehrrecht der Bundeswehr-Universität und Mitherausgeber der, im Luchter Handfachverlag erscheinenden neuen Zeitschrift für Wehrrecht Ehrenamtliches Engagement. Ehrenamtlich ist er vielfältig engagiert, so ab 1970 als Generalsekretär des Peutinger Kollegiums zu München und ab 1975 als stellvertretender Chefredakteur des hauseigenen Bayerischen Monatsspiegels. Er wurde 1996 Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kulturgüterschutz sowie 1998 Mitglied des Kuratoriums der Deutschen Olympischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik und des Bonner Schutzforums Gesellschaft für Friedenssicherung und angewandte Humanität. 1999 wurde er Mitglied der Wissenschaftskommission beim Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich. Er wurde 1989 Mitglied des Beiratsinnere Führung, seit 1960 ist er Mitglied des Reservistenverbandes. 1971 fertigte er mit dem Militärsoziologen Dietmar Schössler die Reservisten-Enquete an. Die Grundlage für die Reservisten-Konzeption der Bundeswehr wurde, von 1983 bis 1986 war er Vorsitzender der Kreisgruppe München-Stadt im Reservistenverband, Sein Nachfolger wurde Ferdinand Nibbler, zunächst Bundesschatzmeister und Mitglied des Bundesvorstandes. War er von 1987 bis 1991 als Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Helmut Möhring Präsident des Reservistenverbandes. Danach wurde er Ehrenpräsident und Beauftragter für die Mittel- und Osteuropäischen Staaten. 1994 wurde er Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Reservisten-, Soldaten- und Traditionsverbände in Bayern, die dem Beirat Reservistenarbeit beim Reservistenverband angehört. Von 1988 bis 1994 war er Vizepräsident der Confederation Interalliides Officiers der Reserve und ab 1995 Gründungspräsident bzw. Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Mitte Europäischer Reservisten- und Offizierverbände Gaminger Initiative, einer Nachfolgeinitiative der Gaminger Gespräche der österreichischen Offiziersgesellschaft. Familie Steinkam ist verheiratet. Auszeichnungen 1967 zu 1 Preis des Internationalen Preisausschreibens 1967 der Soziete Internationale Detroit Militäre Detroit de la Guerre für das Buch Die Streitkräfte im Kriegsvölkerrecht 1968 Preis der Universität Würzburg 1982 Großes Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich 1984 Bundesverdienstkreuz am Bend 1992 Bundesverdienstkreuz I Klasse 1994 Ehrenpräsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr 1995 Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold 1997 Großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1997 Medaille DOE des Services Militäres Volontaires durch den französischen Verteidigungsminister Charles Millen als erster deutscher Reserveoffizier und einer der wenigen ausländischen Offiziere überhaupt für seine besonders anerkennungswerten Leistungen um die Verteidigung Frankreichs und seiner Streitkräfte 1998 Ehren 1990 Ehrendolch der Honftarmee durch den ungarischen Verteidigungsminister 2006 Bayerischer Verdienstorden Schriften Die Streitkräfte im Kriegsvölkerrecht Die Streitkräfte im Kriegsvölkerrecht Holzner, Würzburg 1967 mit Dietmar Schössler Reservist 71-72 Eine kritische Bestandsaufnahme des Reservistenverbandes HSG vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr Mönch Verlagsgesellschaft Bonn 1972 Mit Heinrich Kipp, Franz Mayer Um Recht und Freiheit Festschrift für Friedrich August Von der Heite zur Vollendung des 70. Lebensjahres Dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen Zwei Bände Dunker und M. Humblott Berlin 1977 ISBN 3-428-03862 Mit Jörg-Manfred Mössner Gesetzessammlung HSBW Bundesgesetze und Völkerrechtliche Verträge für Studium und Praxis Boerberg, Stuttgart unter anderem 1981 FF mit Florian Gerster Armee 2000 Wehrpflicht und Reservisten Konzeption Nomos Baden-Baden 1990 ISBN 3-7890-21121 Mit Jürgen Schwarz Rechtsrechtliche und politische Probleme des Einsatzes der Bundeswehr Out of Area Protokoll und Dokumentation eines Symposiums der Universität der Bundeswehr München am 12. und 13. 12,1991 Nomos Baden-Baden 1993 ISBN 3-7890-2983-1 Gerhard Konstantin Treutlein Gegenströmungen Essays zur Zeit BMS Verlag München 1994 ISBN 3-926-697-105 Die neue Bundeswehr Erweiterte Aufgaben und neue Strukturen Sonderdruck des Bayerischen Monatsspiegels mit einer Dokumentation der Vortragsveranstaltung des Peutinger Kollegiums zu München Bayerischer Monatsspiegel Bayerischer Monatsspiegel München 1995 Kritik, Geschichte, Recht und Sicherheit Festschrift für Gerhard Ritter Aus Anlass seines 80. Geburtstages dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen Ergon Würzburg 1996 ISBN 3-928-034871 Konzept zur Verbesserung der inneren Sicherheit und Ordnung der Stadt Görlitz unter Einbeziehung einschlägiger Anregungen für die Region und für eine deutsch-polnische Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene Universität der Bundeswehr München München 1996 ISBN 3-926-697-156 mit Knut Ibsen Christian Raab Thorsten Stein Wehrrecht und Friedenssicherung Festschrift für Klaus Dau zum 65. Geburtstag Luchterhand Neuwied unter anderem 1999 ISBN 3-472-03023-2 mit Dietmar Schössler Wehrhafte Demokratie 2000 Zu Wehrpflicht und Wehrstruktur Politische, rechtliche, gesellschaftliche und militärische Dimensionen des Wehrstrukturproblems der Bundesrepublik Deutschland in der postkonfrontativen Periode Dokumentation des Wehrstruktursymposiums des Instituts für internationale Politik, Sicherheitspolitik, Wehr- und Völkerrecht der Universität der Bundeswehr München vom 17. bis 19. Juli 1996 in München mit ergänzenden Beiträgen Nomus Baden-Baden 1999 ISBN 3-7890-62987 Frauen im militärischen Waffendienst Rechtliche, politische, soziologische und militärische Aspekte des Einsatzes von Frauen in den Streitkräften unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Bundeswehr und des österreichischen Bundesheeres Nomus Baden-Baden 2001 ISBN 3-7890-74071 Der Irakkrieg Eine Herausforderung an das Völkerrecht Österreichische Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik Fien 2004 Mit Heinrich Oberreuther Hans Frank Seller Weltpolitik im 21. Jahrhundert Perspektiven zur neuen internationalen Staatenordnung Festschrift für Jürgen Schwarz VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2004 ISBN 3-531141988 Gilliard o. Robert Fertig Fertig 5 verse Tont